Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin wieder auf die Jagd nach den Tickets und das folgende Spiel heute ist Raid Shadow Leaks. Ich glaube das habe ich schon gespielt, ich weiß nicht. So und los geht es. Ich mache einmal Login über Facebook. So Login als Stefan Fortfaden. Jawohl. Genau, das habe ich schon mal gespielt, aber letztens hatte ich das nicht über Facebook laufen lassen. Ich habe mich normal nur angemeldet und ich denke, jetzt werden wir sowieso wieder alles weg gewesen. Und ich habe da auch mit den Bogenschützen angefangen. Jetzt werde ich aber, glaube ich, mit der Kriegerin hier anfangen. Oder mit den Krieger. Hören wir mal zu. Das ist so leise. Es wird immer wieder. Okay. Let's clean with the wind. Four of them? Come on! Which of you filth dies first today? Very well. Why the life? We're glad you're on our side. What? Voll unfair. Die waren Level 60 und die haben waren Level 20. und die waren. All right. so wir nehmen den ort die hier spielen wir einen tank so portal das haben wir schon mal alles gesehen beschwören zack 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 die buchschützen gleich wie letztes mal auch okay okay eine schlacht dann hauen wir mal rein hier weiter weiter zack 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 wir haben doch keine zeit das kennen wir auch schon alles wenn sich das nochmal anschauen möchte kann das andere video ist sicher anschauen oder er spielt es selber ich habe blau und die macht aber wenig schaden obwohl geht die macht ja drei schläge mit einmal pariert zwei schüsse jetzt greifen wir den mal an und die macht den kaputt ich so das war es jetzt kommen die nächsten machen wir mal auto an schauen wir wie das hier wirkt oh ok als bei auto macht einmal die fähigkeiten die starken fähigkeiten die grad frei sind naja ist ja auch nicht verkehrt also jetzt am anfang wahrscheinlich am ende muss wahrscheinlich mehr überlegen wie was du wann einsetzen möchtest aber ist am anfang alles ganz easy da lebt ihr noch so ein schwert das ist doch schon mal was schönes zur basis zurück ok mein champion ausrüsten da ist ein schwert ausrüsten und zurück nächste schlacht jetzt schon ok auto ist noch drinnen ok dann schauen wir mal ja der ist tot 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 jetzt die letzten nur noch einer da die grafik ist eigentlich ganz okay finde ich mal das sage ich jetzt mal für ein handy spiel auch wenn ich es auf computer spiel da kommt bestimmt später auch noch so sachen mit werbung denke ich mal bislang habe ich ja noch nichts gesehen mit werbung ich habe letztens auch nicht mehr weiter gespielt gehabt daher weiß ich nicht ob da noch werbung kommt aber ich denke mal schon darf muss ja es noch verbessern ich habe ja 50.000 silber auch noch drücken ich habe stiefel erhalten hier schon mal was mit geld bezahlen 55 euro gibt es nicht nicht bei mir freund einladen ok kann ich links verschicken brauche ich erstmal nicht hier ist tagesquest 20.000 silber schon mal gekriegt oh ich bin reich reich ok hier kann man sich sachen angucken videos was ist da gratis belohnung abholen gratis ist immer gut vor allem bei solchen sachen wo du immer geld bezahlen musst da freue ich mich immer umso mehr wenn was gratis ist auch wenn sich manchmal dafür so eine dumme werbung anschauen muss also das sind die ganzen hellen die man noch frei spielen kann wahrscheinlich bislang habe ich nur die hier ich habe doch noch gerade hier eine kämpferin gehabt die bogenschützin wo ist die denn ich habe meine zeit voll meine zehn minuten ach die ist bestimmt hier woanders banner lords hoch elfen ich glaube die ich hatte das war ein mensch gewesen ach warte hier steht doch immer 00 da dunkel elfen toller mensch dunkel elfen mit sechs sterne level 60 also später jetzt glaube ich noch nicht und meine person ist selten auch 6 sterne wie kriegt man die dann frei muss man die kaufen zwerge finde ich cool bewertung level 60 6 sterne legendär das gibt es schon die beiden da war eine andere frau keine ahnung wie man die kriegt beschwören schau mal was kommt ein zwerg ungewöhnlich ein kleiner und ich habe da noch genug münzen hey zurück zur basis ich bin hier noch nicht fertig einfordern fach und da index index 1 2 da dämonenbrot da ist der hund nice 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 und was gibt es hier noch schönes champion ausrüsten haben wir ja schon gemacht da habe ich fast für schild ist das ein schild schild ausrüsten schuhe das sind schuhe ausrüsten und ausrüsten warte mal äh entfernen oh nein okay gut zu wissen wenn ich einmal was angelegt habe kann ich das mehr wegpacken nur noch vernichten denke ich zumindest weil wenn ich hier drauf drücke und hier drauf drücke ausrüsten wird er vernichtet na gut zu wissen dann lassen wir das erstmal dann noch sechs minuten oh ich werde nochmal selber oh schon 141 das ist schon level 6 level 6 level 15 fängt man hier nicht bei level 1 an usernamen ändern red dog bestätigen was stand da nochmal red dog bestätigen das ist bereits vergeben wenn dann bad tag die german bad tag die german bestätigen den gibt es noch nicht ja ich heiße red dog bestätigen mein neuer nickname red bad tag wenn red dog schon vergeben ist missionen heimfordern okay danke danke habe ich wieder level ab level 3 bin ich schon zwei schlachten schon level 3 neuigkeiten muss man sich alle neuigkeiten anschauen damit man endlich den roten punkter weg kriegt na das will ich jetzt nicht ausprobieren ich habe es sowieso fertig also escape spiel beenden vielen dank fürs zuschauen und 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 da so ticket holen und vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr aber im nächsten video dabei seid bis dann viel spaß und auf wiedersehen tschüss